Daniel und die Krone Jane Cadwallader Erste EDI-Lektüren Copyright EDI 2013 Daniel war ein Polizist. Eines Tages rief sein Chef ihn und die Polizistin Eva zu sich. Alle Polizisten hatten ein wenig Angst vor dem Chef. Er war intelligent, aber er lachte fast nie. Der Chef zeigte auf ein paar Fotos und sagte, ihr müsst die Rucksackbande fangen. Die Räuber wollen heute Abend das Schlossmuseum ausrauben. Juhu, sagte Eva glücklich. Hm, sagte Daniel. Der Chef zeigte Eva und Daniel zwei Ringe und einen Computer. Am Computer konnte man sehen, wo die Ringe waren. Der Chef sagte, nehmt diese Ringe. Dann sehen wir, wo ihr seid. Eva sagte, sehr gute Idee, Chef. Daniel blickte die Ringe an. Er hätte gern zu Hause vor dem Fernseher ein Eis gegessen. Er hatte weiche Knie. Er war ein Angsthase. Daniel und Eva steckten sich die Ringe an die Finger und fuhren mit Bettina und Robert zum Schloss. Bettina und Robert trugen ihre Uniform. Sie hatten die Aufgabe, im Auto zu warten, bis Eva und Daniel wieder aus dem Schloss kommen würden. Bis später, sagte Bettina. Viel Glück, wir schauen am Computer, was ihr macht, sagte Robert. Danke, sagte Eva. Hm, sagte Daniel. Los, Daniel, ich habe eine Idee, sagte Eva. Oh nein, bitte nicht, dachte Daniel. Er arbeitete nicht gern mit Eva. Sie war immer am Herumrennen. Daniel mochte es ruhig. Eva sagte, zieh diese Rüstung an. So sehen wir die Räuber, aber sie sehen uns nicht. Dann ist es einfach, sie zu fangen. Hm, sagte Daniel. Eva half Daniel in die Rüstung. Daniels Ring blieb an der Weste aus Metall hängen. Oh, pass auf, der Ring. Hm, ui, entschuldige, sagte Eva. Daniel löste den Ring von der Weste und steckte ihn auf eine Krone. Er war ein bisschen böse auf Eva. Ich glaube nicht, dass das mit der Rüstung eine gute Idee ist. Sie ist sehr schwer. Aber Eva antwortete, nur ruhig, Daniel. Heute Abend fangen wir die Räuber. Und morgen wird der Chef sehr zufrieden mit uns sein. Auch Eva zog eine Rüstung an. Sie versuchten, leise zu sein. Doch der Fußboden war aus Holz. Und knarrte schrecklich, wenn sie herumgingen. Daniel sah sich um. Wer waren wohl die Könige und Königinnen, die diese Kronen und diesen Schmuck getragen haben? Fragte er sich. Dann fiel ihm plötzlich etwas Schreckliches ein. Und wenn es hier Gespenster gibt? Ich warte im Flur, sagte Eva und ging hinaus. Knarr, knarr. Knarr. Alles war ruhig. Daniel langweilte sich. Und er hatte Hunger. Er ging zur Tür. Knarr, knarr, knarr. Und blickte in den Flur. Eva schlief. Na sowas, dachte Daniel. Eva schläft. Daniel hatte Lust auf einen kleinen Imbiss. In seiner Tasche hatte er ein Stück Pizza und eine Flasche Limonade. Er nahm beides heraus und begann zu essen. Oder er versuchte es wenigstens. Ziemlich schwierig, sagte er zu sich selbst. Und dann dachte er sich einen Tanz aus. Beide Ellbogen hoch, mit den Füßen stampf. Lass die Schultern kreisen, das ist der Rüstungstanz. Dreh dich im Kreis herum und zähl bis fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hey! Und jetzt die Knie hoch, mit den Füßen stampf. Ein Klatz auf den Bauch, das ist der Rüstungstanz. Dreh dich im Kreis herum und zähl bis fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hey! Plötzlich hörte Daniel etwas. Mit einem Rucksack in der Hand kam Eva herein. Sie begann das Gold und das Silber und allen Schmuck zu nehmen. Daniel lachte. Das ist eine sehr gute Idee, Eva. Wenn kein Schmuck da ist, können die Räuber ihn auch nicht stehlen. Gut gemacht! Eva steckte die Sachen aus Gold und Silber und den Schmuck in den Rucksack. Daniel zeigte auf eine Krone und sagte, Vergiss diese Krone nicht, Eva. Die sieht sehr teuer aus. Eva ging aus dem Raum und Daniel wartete weiter. Er langweilte sich und hatte schon wieder Hunger. Ich glaube, ich schließe kurz die Augen, dachte er. Plötzlich war Eva wieder da und redete mit ihm. Daniel, Daniel, die Räuber kommen nicht. Lass uns nach Hause gehen. Daniel war froh. Oh ja, das machen wir, sagte er. Aber vergiss nicht, den Schmuck wieder zurückzulegen, bevor wir gehen. Welchen Schmuck denn? Fragte sich Eva und blickte Daniel mit offenem Mund an. Dann sagte sie, Wovon redest du? Ich habe keinen Schmuck. Jetzt blickte Daniel sie mit großen Augen an. Der Schmuck, den du vorhin in den Rucksack gepackt hast? Plötzlich wurde ihm alles klar. Oh nein! Daniel fühlte sich schrecklich. Was jetzt? Dann hatte er eine Idee. Hey, Eva, ich habe eine Idee, sagte er. Der Ring, ich habe den Ring doch auf die Krone gelegt. Schnell! Daniel und Eva liefen aus dem Schloss und zum Auto. Bettina und Robert machten große Augen. Waren das zwei Gespenster? Dann sahen sie, dass es Daniel und Eva waren. Daniel sagte, Schnell, Bettina, wo ist der Computer? Eva sagte, Die Räuber haben die Krone und den Schmuck gestohlen. Wir müssen dem Signal folgen. Die Polizisten suchten auf dem Computer das Signal. Es gab zwei Signale. Oh nein! sagte Daniel. Es gibt zwei Signale. Wie wissen wir, welches das Richtige ist? Eva blickte ihn an. Denk mal ein bisschen nach, Daniel. Robert zeigte auf den Bildschirm und sagte, Das ist Evas Signal und das ist Daniels Signal. Daniels Signal kam aus der Nordstraße. Wenn das Signal von dort kam, musste der Ring dort sein. Und wenn der Ring dort war, musste die Krone dort sein. Und wenn die Krone dort war, mussten die Räuber dort sein. Robert sagte, Alles klar, schnell. Wir müssen geradeaus fahren und dann bei der Post nach rechts. Dann wieder geradeaus und beim Bahnhof nach links. Dann geradeaus und bei der Fabrik nach rechts. Dann über die Brücke. Die erste Straße links ist die Nordstraße. Das Signal kommt aus dem vierten Haus links. Bettina sagte, Los geht's! Steigt ein! Als die Polizisten zum Haus kamen, sprachen die Räuber gerade über den Raub im Schlossmuseum. Der Mann sagte, Als ich im Raum mit der Krone war, ist ein Gespenst in Rüstung gekommen. Es hat mit mir geredet. Die Frau sagte, Hör auf! Es gibt keine Gespenster! In diesem Moment kamen Daniel und seine Kollegen in das Zimmer. Oh, schau mal! sagte der Mann. Das ist das Gespenst! Oh, es sind ja sogar zwei! Eva blickte ihn an. Wir sind keine Gespenster. Wir sind Polizisten. Kommen Sie bitte mit! Daniel suchte den Schmuck. Sind die Krone und der Schmuck hier? Ja, zum Glück! Am nächsten Tag gingen Daniel und Eva zum Chef. Gut gemacht, Daniel und Eva! Ihr habt die Räuber gefangen! Euer Plan war super! Ähm... Dankeschön! jumpscare. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020